Hallo, ich bin Oliver Ereni, herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Und heute reden wir von Engeln, von Einhörnern, von Elfen und von Feen. Also dranbleiben! Herzlich willkommen in der Zauberwelt. Keine Angst, ich werde jetzt nicht gleich irgendwo eine Glockenblume channeln. Ich möchte eigentlich mit dem Thema was besprechen, was mir ganz oft auffällt und was meines Erachtens nach eines der größten Missverständnisse in Bezug auf die Energetik ist und auch auf die Esoterik. Und zwar geht es da um die Bedeutung von Symbolen. Wir kennen natürlich alle Symbole aus dem Alltag, da lässt es sich leicht erklären. Wenn du an eine Ampel denkst, die rot, orange, grün symbolisiert, wissen wir, in unserem Kulturkreis, rot heißt Stopp, orange, es geht jetzt dann gleich los und grün fahren, Freifahrt. Und genau solche Bilder, solche Symbole, solche Möglichkeiten zur Kommunikation mit deinem Inneren gibt es natürlich auch in der Mystik, in der Esoterik und auch natürlich durch das Mystik-Esoterik da ein bisschen mit reingeschwappt ist, auch in der Energetik. Und da ist es jetzt ganz wichtig, erstens einmal, die Energetik als Berufsstand grenzt sich ganz klar von der Esoterik ab und sagt auch immer, nein, das ist was anderes als Esoterik. Aber grundsätzlich, meines Erachtens, kommt halt sehr viel aus der esoterischen Richtung und ich meine das gar nicht so negativ behaftet. Und wenn du dir jetzt denkst, oh Gott, Esoterik, dann bleib trotzdem dran, weil vielleicht findest du dadurch auch ein bisschen einen anderen Zugang zu dieser ganzen Materie. Da geht es heute einmal darum, das Symbol an sich zu verstehen. Was bedeutet Symbol? Dass wir das ein bisschen erklären können oder ein bisschen näher beleuchten können, dann muss ich ganz kurz weiter ausholen. Und zwar geht es bei einem Symbol eigentlich darum, dass es etwas zusammenfasst. Das hat der Thorwald Detlefsen gut gemacht. Er hat gesagt, naja, Symbolon ist etwas Zusammenfassendes und das Gegenteil von Symbolon ist Diabolon. Das ist da die Vielheit, die Mehrheit. Da, wo dann auch der Teufel letzten Endes herkommt, also das Diabolische in unserem Sprachgebrauch. Also Symbolon fasst zusammen. Ein Symbol fasst etwas zusammen. Und jetzt ist die Frage, was fasst denn so ein Symbol zusammen? Und da müssen wir uns mal bewusst machen, dass die Esoterik sich mit dem Inneren beschäftigt. Und dein Inneres ist unsichtbar. Deine Gefühle, deine Gedanken sind zuerst einmal nicht sichtbar. Um dich zu inspirieren, um zu diesem Inneren zu kommen, zu dieser inneren Welt zu kommen, verwendet die Esoterik Symbole. Und verwendet man auch in der Energetik gewisse Symbole. Da geht es nur darum, einmal dein Inneres zu erreichen. Also das muss man einmal so ein bisschen wahrnehmen. Das heißt, es geht darum, wenn ich ein Symbol habe, soll dieses Symbol eigentlich dein Inneres inspirieren, soll dieses Symbol dein Inneres berühren. Und da hat man sich im Laufe der Zeit halt auf einige Symbole geeinigt. Da komme ich auch dann noch gleich darauf. Aber zuerst verstehen wir noch den Gegenpol. Und der Gegenpol von der Esoterik wäre dann die Exoterik, das, was außen ist. Und das wäre dann ganz klar unsere klassische schulwissenschaftliche Welt. Das heißt, das, was ich erforschen kann, was ich sezieren kann, das ich abfotografieren kann, das wäre dann das wissenschaftliche Weltbild. Das heißt, es gibt ein esoterisches Weltbild und ein exoterisches Weltbild. Und die exoterische Welt, die Welt der Wissenschaften, ist die Welt, in der wir groß werden. Das heißt, wir lernen in der Schule schon Wissenschaften, wir lernen das wissenschaftliche Denken. Du musst das nur einmal so vorstellen, wenn du sagst, du hast Physik, du hast Chemie, du hast Geografie, du hast all diese Fächer, du hast Biologie. Und dann steht dem Ganzen noch vielleicht das Religionsfach gegenüber. Also man sieht schon die Gewichtung in diese Exoterik rein. Und dieses Denken schleicht sich leider jetzt auch bei der Energetik ein, beziehungsweise dann auch bei der Esoterik ein. Und da müssen wir jetzt aufpassen, weil wir das Esoterische, das heißt das Innenleben, nicht wissenschaftlich wirklich messen oder verstehen können. Und um das verstehen zu können, um das berühren zu können, um das inspirieren zu können, hat man halt Symbole gewählt. Eines dieser Symbole wäre ein Engel. Was ist jetzt mit Engeln passiert? Wenn wir jetzt mit unserem wissenschaftlichen Verstand einmal hingehen und sagen, okay, ein Engel, das ist ein Mensch mit Flügeln. So wird er dargestellt. Dann können wir jetzt einmal wissenschaftlich sagen, ich habe noch keinen Menschen mit Flügeln auf der Straße gehen sehen oder irgendwo fliegen sehen. Das heißt, den gibt es eigentlich außen schon einmal nicht. Oder wir reden von einem Einhorn. Ich habe jetzt auch kein Einhorn irgendwo herumhoppeln sehen. Das heißt, das kann kein Bild sein, das mit der äußeren Welt zu tun hat, mit der exoterischen Welt. Das heißt, das muss was mit der esoterischen Welt zu tun haben. Und da kommen wir dann schon auf den nächsten Punkt. Das heißt, ich habe auch noch nie ein Einhorn gesehen. Ich habe auch noch nie einen Engel gesehen. Und wenn dann jemand jetzt sagt, ich channel einen Engel oder ich arbeite mit der Frequenz von einem Engel, dann kann der eigentlich nur über das Innere sprechen. Das heißt, der bedient dann innere Bilder, innere Symbole, um mit der inneren Welt zu kommunizieren. Und das ist natürlich wissenschaftlich gesehen fragwürdig, beziehungsweise ein absoluter Nonsens, weil das gibt es ja nicht. Es kann auch nicht sein, dass ein, ich sage jetzt sehr überspitzt, dass ein Stein mit dir redet oder dass eine Pflanze mit dir spricht. Das ist ja Quatsch. Und da hat der Wissenschaftler recht. Eine Gänseblume spricht auf der äußeren Ebene nicht mit mir. Aber sie hat einen gewissen Wirkstoff, eine gewisse Wirklichkeit. Und wenn ich dann sage, okay, ich schaue mir aber dieses Energetische an, diese Wirklichkeit einer Pflanze an, dann kann ich da auch was wahrnehmen. Und dann könnte ich sagen, symbolisch, die spricht mit mir. Eine Heilpflanze spricht mit mir und sagt, ich bin gut für die Leber zum Beispiel. Das wäre so ein Bild. Aber da heißt es schon, wir beschäftigen uns mit dem Inneren. Und was ist jetzt passiert in unserer modernen Welt, in unserer exoterisch geprägten Welt? Jetzt kommt dieses uralte esoterische Wissen, diese unter Anführungszeichen Geheimsprache, Symbolsprache in unsere moderne Welt und wird natürlich exoterisch verstanden, weil das die Hauptprägung ist. Das heißt, niemand ist Mystiker, niemand nimmt sich die Zeit wirklich zu meditieren oder darüber nachzudenken, sondern da steht, es gibt einen Engel, also kommt der Engel auch her. Wenn da steht, Mose erschien ein flammender Dornbusch, dann muss der da gewesen sein. Und dann wissen wir auch, auf welchem Berg war dieser Dornbusch. Oder wo war die Geburtsgrotte Christi? Das sind dann so diese wissenschaftlichen Herangehensweisen und die aber ein bisschen so diese Symbolik dann erstens einmal fehlinterpretieren und eigentlich auch dann die Bildersprache, die unsere Seele nähern soll, eigentlich einmal ein bisschen ausdämpft, kann man sagen. Du hast noch niemals jemanden gesehen, der Wasser in Wein verwandelt hat. Also ich denke jetzt nicht, dass es war ein Zauberer. Diese Geschichte soll dein Inneres inspirieren. Da kann es dann wirken. Schwierig ist eben nur, wenn das auf der exoterischen Ebene interpretiert wird, weil dann kann es sein, dass man einfach verwirrt ist und dass man nicht den Punkt trifft. Denn wenn ich jetzt sage, es gibt einen Engel und der Engel ist mein unsichtbarer Freund, bin ich exoterisch gesehen ein Fall für die Klapsmühle. Da brauchen wir uns überhaupt nicht unterhalten. Da kann ich sagen, okay, da ist was pathologisch, da stimmt etwas nicht. Und da hat der Exoteriker absolut recht. Wenn ich jetzt aber von der Esoterik mit so einem Symbol arbeite, mit so einem Bild arbeite, dass ich sage Engel und ich verstehe auch einen Sinn hinter diesem Bild, dann bin ich da auf einer ganz anderen Ebene. Es ist einfach wichtig, dass du dir mitnimmst, heute ein Symbol soll dich immer berühren. Nur weil jemand schreibt, es gibt Engel und es sieht wie Engel und es schreibt wie Bücher und macht Kartentext, lass dich nicht so verwirren, sondern sieh das immer als Symbol. Denn exoterisch gesehen gibt es keine Engel. Aber wenn du mit diesem Bild arbeitest, kann es dich inspirieren und kann deine Seele reicher machen, kann deine Seele bereichern. Du kannst jetzt nicht zum Bankberater gehen und sagen, ja, der Engel des Reichtums hat gesagt, ich kriege jetzt da Geld oder das sollte ich dieses Geld haben und mache jetzt ein Therapiezentrum auf oder sonst irgendwas. Das ist natürlich Quatsch. Aber in deinem Inneren können diese Bilder wirken. Ich würde eigentlich jedem diese ein bisschen verzauberte Welt wieder wünschen, aber eben nur auf der inneren Ebene, nicht auf der äußeren Ebene. Die äußere Ebene hat ihre Regeln, die innere Welt hat ihre Ebenen. Diese beiden Welten hängen zusammen, aber man muss sich mit beiden beschäftigen. Das heißt, die esoterische Welt, die energetische Welt, ist eher die Innenwelt, ist die Lebensenergie. Die exoterische Welt, die wissenschaftliche Welt, ist dann eher so diese äußere Welt. Aber, und das ist eben jetzt der große Punkt, deshalb sind diese ganzen Diskussionen für mich von Wissenschaftlern oder Energetikern, Esoterikern völlig aneinander vorbeigeführt, weil die von zwei unterschiedlichen Welten reden. Und der Wissenschaftler wird niemals einen Esoteriker, einen Mystiker richtig verstehen können, weil er die Welt aus einem anderen Winkel betrachtet. Wenn du dann mehr wissenschaftlich gestrickt bist und nüchtern gestrickt bist, dann wirst du sagen, ja, es ist alles Quatsch. Und wenn du ein bisschen so einen Kontakt zum Inneren hast und ein bisschen so ins Reinfühlen kannst bei dir, wirst du sagen, oh ja, da könnte es sein, dass es was gibt. Und ich muss dir ehrlich sagen, mir sind auch Klienten lieber, die eher nüchterner und logischer und rationeller drauf sind, weil die nicht gleich in diesen Verzauberungswahn reinfallen. Wenn jemand nur in dieser Bilderwelt ist, dann hat man oft als energetischer Therapeut, als Energetiker, wirklich das Problem, dass man die wirklich klar herholt. Und das sind dann auch oft Leute, die ganz konkrete Probleme haben. Das heißt, die können konkret Wirbelsäulenprobleme haben, die können ganz konkret finanzielle Themen haben, die können sozial problematisch sein, sage ich jetzt mal, weil die halt natürlich eher gemieden werden, weil sie ein bisschen verschoben und wunderlich wirken. Und deshalb rate ich auch jedem, der sich mit der Esoterik und der Energetik beschäftigt, sei selber auch mit stabil und sei selber auch klar. Hab immer eine gewisse Basis, auf die du zurückkehren kannst und dann kannst du dich auch mit der Mystik, mit der Energetik beschäftigen und dann ist das ein unglaublicher Reichtum. Aber natürlich, und das gehört schon gesagt, kann es auch sehr verwirrend wirken, wenn du eben nicht klar geerdet bist, gut im Leben stehst. Dann kann dich das absolut verwirren und da sollte man auch aufpassen. Also, um zum Abschluss zu kommen, ein Symbol, wenn du etwas liest einmal über Engel, über Elfen, egal etwas, dann nimm es mal als Bild her und das ist ein Ausdruck der Lebensenergie. Mehr ist es dabei immer nicht. Das ist nur ein Bild, dass du ein bisschen mehr diese Lebensenergie wahrnehmen kannst. Also bitte mach aus keinem Engel einen unsichtbaren Freund. Nimm das nicht so profan und sag, die geistige Welt ist wie die exoterische Welt. Da laufen irgendwo die Einhörner rum und irgendwo sitzen die Engel auf einem Café und irgendwo sind unsere Verstorbenen und sitzen herum. Nein, das ist alles, sind deine inneren Bilder und das soll dir helfen, deine Energien einfach zu ordnen und klar zu werden. Und mit diesem Zugang, denke ich, kannst du ganz gut mal arbeiten. Also unterscheide immer zwischen esoterischem Wissen, exoterischem Wissen und mach dir auch bewusst, dass beides wichtig ist und dass beide Welten bedient gehören. Denn wenn nur eine Seite immer bedient wird, zum Beispiel nur die exoterische Welt, dann kann es sein, dass man schnell einmal ausbrennt, dass das Sinn verloren geht. Wenn ich nur in der esoterischen Welt bin, dann wird irgendwann die exoterische Welt schreien und wird sagen, Stopp, es ist ein Ungleichgewicht drinnen. Also ein Symbol gehört einfach verstanden als etwas Zusammenfassendes und wenn du von energetischen Symbolen sprichst, dann bitte mach dir bewusst, da geht es immer um etwas, das dich inspirieren soll und das ist nicht so profan zu verstehen und wenn wer sagt, ja, er hat in der geistigen Welt irgendwelche Führer, ja, das ist schön, aber die stehen jetzt nicht so da wie dein Freund, mit dem du auf einen Kaffee gehst, sondern das ist eine andere Ebene. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, dass du einfach mal meinen Kanal abonnierst oder gerne mal auch in den Kommentaren schreibst, was du gerne hören würdest, was dich interessiert zu diesem Thema und ich mache auch gerne dann mal ein Video. Ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Gute, wir hören uns nächste Woche, wir sehen uns nächste Woche. Dein Oliver Ereni, Mediale Energetiker.